Die zweite zentrale Abbildung im St. Galler Nachfolgemodell ist das Fünf-Themen-Rat. Das Fünf-Themen-Rat ist entstanden aus der Überzeugung heraus, dass nicht nur operative Fragen im Zentrum stehen einer Nachfolge, sondern auch strategische Fragen und normative Fragen. Die Empfehlung lautet deshalb, sich zuerst insbesondere als Familie die Frage zu stellen, was ist unser Selbstverständnis Familienunternehmen? Ist das Unternehmen da für die Familie, ist die Familie da für das Unternehmen oder sind wir eine unternehmerische Familie? Das sind drei mögliche Fragen von weiteren, die hier zu beantworten sind. Auf strategischer Ebene geht es um den Aspekt eigener Strategie. Ist die Vorsorge und Sicherheit der Familien, insbesondere der Verkäufer, gewährleistet, ja oder nein. Wer hier seine Aufgabe gut macht, hat hier mehr Handlungsoptionen. Die zweite strategische Frage ist, was ist die Unternehmensstrategie für das Unternehmen? Nur ein Unternehmen mit Stabilität und Fitness im Heute und der Zukunft kann eine Nachfolge gut in die Zukunft gestalten. In einem vierten Schritt geht es um das rechtliche Korsett. Es gibt Rahmenbedingungen, Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht und vieles mehr. Dieses rechtliche Korsett ist mit zu berücksichtigen und kann sehr aktiv gestaltet werden. Und last but not least, es geht auch um Transaktionskosten. Eine Unternehmensbewertung, Finanzierungsthemen, Bewertungsfragen oder kommt jetzt der emotionale Wert in die Quere? Und das sind wir in der Verbindung zu den normativen Grundannahmen, wo sich der Kreis hier schließt. Unsere Empfehlung ist es deshalb, nicht nur eine Nachfolge aus operativer Sicht bezüglich Transaktionskosten und rechtlichem Korsett anzuschauen, sondern insbesondere eben auch strategische und normative Fragen frühzeitig zu diskutieren.